Denken Sie einmal darüber nach, wofür könnten Sie einen 10 mal genaueren und stabileren Silizium-Drucksensor einsetzen. TERPS hat folgende Vorteile. TERPS steht für Trench-Edged Resonant Pressure Sensors. Eine neue Drucksensor-Technologie von GE, die die Leistungsfähigkeit von Quarz-Sensoren mit einem robusten Silizium-Sensor bei wesentlich geringeren Kosten und schnellen Lieferzeiten erreicht. Diese neue Technologie liefert über längere Zeiträume genauere Messwerte und minimiert so Wartungs- und Austauschkosten. Sie bietet eine höhere Genauigkeit bei Steuerungs- und Überwachungsanwendungen für mögliche Einsparungen im Betrieb oder bei Prozessen. Sie gewährleistet eine konsistente und genaue Datenquelle an entfernten Einsatzorten, wo eine Neukalibrierung schwierig und teuer wäre. Und sie liefert über viele Jahre absolut zuverlässige Ergebnisse und verbessert so die Analyse im Zeitverlauf. Bei Anwendungen wie in der Tsunami-Warnung kann die Genauigkeit von TERPS Leben retten. Wie kann TERPS so herausragende Leistungen erreichen? Anders als normale piezoresistive Sensoren verwendet TERPS monokristallines Silizium, frei von Unreinheiten. Die natürlich auftretende absolute Elastizität gewährleistet eine niedrige Hysterese sowie Stabilität über längere Zeiträume und minimiert Reproduzierfehler. Sie hat auch zur Folge, dass TERPS über größere Temperaturbereiche eingesetzt werden kann. Durch einen intelligenten Hebelaufbau kann mit einer kleinen Bewegung ein viel höheres Signal erzeugt werden. Dadurch kann der Sensor in einer weiteren Entfernung von der Elektronik installiert werden. TERPS nutzt das Verfahren des reaktiven Ionentiefenätzens zur Siliziumbearbeitung, mit dem Energieverluste minimiert werden. Dieses Verfahren ermöglicht einen steiferen Resonator in einer waagerechten Ebene. Dadurch kann ein vollgeschweißtes TERPS-Modul in robuste Standardmaterialien eingehaust werden und die Verwendung von Glas-Metall-Durchführungen für den Betrieb in rauen Umgebungen wird ermöglicht. Dank des Siliziumfusionsbondens können verschiedene Membrandicken für verschiedene Druckanwendungen eingesetzt werden. Dadurch kann TERPS in einem großen Druckbereich verwendet werden. All diese Innovationen ergeben zusammen eine außergewöhnliche Leistung. Prüfergebnisse zeigen, dass der Fehler über große Temperatur- und Druckbereiche nie 0,002% vom Endwert übersteigt. Stabilitätsdaten über zwei Jahre zeigen, dass TERPS mit plus-minus 100 ppm pro Jahr funktioniert. Was könnten Sie mit einer Genauigkeit und Stabilität, die zehnmal höher als bei piezoresistiven Standardsensoren ist, anfangen? Sie könnten teure Quarz-Sensoren mit langen Lieferzeiten gegen preisgünstigere, standardgefertigte TERPS-Alternativen austauschen. Verwenden Sie TERPS-Präzisionsdaten zur Effizienzverbesserung. Nutzen Sie genauere TERPS-Sensoren, um sensible Daten in rauen Umgebungen zu erfassen. Verhindern Sie Ausfälle durch Störungen. Optimieren Sie die Kraftstoffzufuhr und sparen Sie Geld. Verlassen Sie sich auf die einzigartige Stabilität von TERPS, um die Neukalibrierungszeiträume zu verlängern und damit wertvolle Zeit zu sparen. Verwenden Sie TERPS in kritischen Einzeltestsituationen oder langfristigen Projekten, um die Datenintegrität zu verbessern. Führen Sie TERPS ein und machen Sie Wartung überflüssig. Was könnten Sie mit einer Genauigkeit und Stabilität, die zehnmal höher als bei TERPS ist, anfangen? Setzen Sie sich noch heute mit dem TERPS-Team von GE in Verbindung, um über Ihre Anwendung zu sprechen. harder als bei TIP-TV-ketten, die zehnmal höher als bei TERPS- אנחנו vermittelt, um zu verlassen. Untertitelung des ZDF, 2020